Hallo miteinander und willkommen zurück. Willkommen zu Starzack mit Torrent Gent. Wir sind auf dem Weg nach Corsica. Wobei, ehrlich gesagt, wir könnten auch einfach mal nach Frascha fliegen. Vielleicht haben wir da ja Glück mit irgendwelchen spezial super riesen Frachterschiffen. Ach, wisst ihr, was wir machen? Einfach mal einen etwas größeren Ausflug hier. Open the port. Ten Bogdanova. Pizze, den wir nicht brauchen. So, muss natürlich aufpassen, weil das natürlich ganz in der Nähe von Zendria ist. Aber ich meine, es sind 4K oder so Supplies. Jetzt braucht es mich vielleicht in der Industrie in UFO Press. Drei Tachyon wollen sie sabotieren. Passbar. Achso, ähm... Oh, die Bastion ist tatsächlich fertig. Okay, dann hol... Oh, scheiße. Auf die wollte ich eigentlich warten. Hä? Na gut, dann machen wir. Fliegen wir in der Schleife, ja. Scheiße. Aber die wollte man eigentlich unbedingt mitnehmen, wegen der Salvage-Geschichten. Als Kommandoschiff. So, nicht nach Thule. Also, nicht wirklich. War between Pyraments ist irgendwie... Ja, no. So, Mr. Prison Space Bot. Exchange Blueprints. Trade-in Blueprints. Das dürfte nicht besonders viel geben. Klammerpunkte jetzt. 2865. Bus Combat Freighter. Asimov-Klasse Battleship. Asimov Base. A, okay. Combat Freighter. Anti-Dado Wing. Mega-Shard Cannon. Die können wir jetzt mal kaufen. Ich glaube, die haben wir eigentlich schon. Ja. Ist wieder nur ein Combat Freighter. Das würde uns nicht weiterhelfen. So, warte mal. Jetzt die Mega-Shard Cannon hier, ne? Das ist die große Variante. Da werde ich mich ja nicht ganz irre. Da können wir mal bei den Doctrine Blueprints... Bei den VR-Porns gleich was einstellen. Kingdom Odyssey. Manche sind auch ausgewählt. Ski-Erkroger, ihr dürft ja auch mal dazu nehmen, falls ihr Bock drauf habt. Grinder. Ja, ich bin jetzt natürlich nicht deswegen hier, aber... Für den normalen Kolossus. Falls ihr Frachter braucht. Und Baikars können wir auch noch mit reinnehmen. Das sind die ganzen Modular-Fregatten. Okay, das ist nochmal das Erste. Dann, äh... Ah ja, all sizes bitte. All types. Okay. Er hat Test Assault, ganz und okay. Telekinesis Array. Ne, also hier ein Thermal Projector. So, hier Radar-Solerator kann man mit reinnehmen. Ja gut, Plasma-Kanonen natürlich. Aber die Plasma-Lanzen sind weg und mal die Plasma-Kanonen rein. Da sind so Mega-Shard-Canonen und Mega-Scatter-Canonen auch mal nicht wirklich. Die Liniener kennen es natürlich auch nicht schlecht, aber da haben wir das andere auch schon. Gale-Batteries, Sphero-Kanons. Cyclone-Reaper-Launcher. No Voltages. Pressure-Missiles sind derart. Twin-Linia kann man auch noch mit dabei nehmen. So, jetzt haben wir hier ein bisschen was umgestellt. Ist auch okay. Ein bisschen viele Frachter, ehrlich gesagt. Na gut. Deswegen sind wir eigentlich nicht hier. Wir wollten ja auch noch da mal reingucken zum High-End-Seller. Ja, eine Plasma-Kanone, Ultraschock-Beams. Könnte man mal mitnehmen. Gott, das Willen. Diese Steuern. Diese unglaublichen Steuern. Also das auf jeden Fall. Das auch auf jeden Fall. Das hier. Oder so wie Sprit verbraucht auf den Weg hier runter. Obwohl, wir haben fast kein Geld mehr. Ist das nicht großartig? Selbst wenn wir hier irgendwas finden würden, was uns passt. Zum Beispiel hier so ein Prometheus-Tanker. Hätten wir nicht genug Geld dazu, mich zu kaufen. Ist das nicht toll? Es geht aber, ja, diese Konvoi-Teile sind ja auch nicht groß genug, ne. High-End-Seller. Ja, da werden wir keine. Oh, Graf von Heavy Cruiser. Von den Cops. Staple-Badges. Maja-Soudan-Navy, oder? Wahrscheinlich. Du siehst ja auch krass aus. Es sieht aus wie eine Conquest, wo in der Mitte, naja, nicht das Ding offengelassen wurde, sondern zugebaut. Beziehungsweise, ja, doch. Kommt hin. Sieht richtig nice aus. Knapp eine Million. Kann man sich mal gönnen, ne. Outlaw, Eagle. Nee, aber keine. Keine Riesenfrachter. Ah, IBP-Agent. Oh. Das warst, wie du in der Riesenradio geistest. Und du schaffst, Gabriel Masolov, wird ein schwieriges Challenge. Gabriel Masolov. Das heißt, Masolov ist einer der Deaths-Reis-Benachnamen, so. Ein schwieriges Challenge für dich. Und das mit sechs Capitals. 1,4 Millionen. 1,5 Millionen. Okay. Constant woman. 77.000. Nee, dafür... Dafür werden wir uns hier nicht... Bemühen. Okay. Also, ja, wir haben jetzt eh kein Geld mehr. Wir schauen trotzdem kurz nach in Fresh und dann fliegen wir nochmal hoch und holen uns die Bestien. Und so aus... Rein aus Neugier, ne. Äh, hier. Hier unten. Zeus-Class Custom Mod Battleship. Sieht hier aus? Sieht hier echt krass aus. Radar Battle Carrier Strike. Halbert-Class Battleship. Truly Battle Wagon. Ah, das ist das Custom Mod Battleship. Nike-Class Custom Mod Battle Cruiser. Und 20 weitere Schiffe. Sieht aus wie modifizierte Hyperions hier oder sowas. Okay. So, wir haben den 15. August. Running from your fleet. Ja, alle, alle runnen sie. Oh, hi. Wir töten mal ein paar Piraten. Zur Abwechslung. Ja, nehmen wir dich mit rein. Oder sollen wir mal die Kirkinos spielen? Das ist ja vielleicht... Ah. Mal hier so die etwas kleinere Regel mit. Das sollte eigentlich reichen gegen die Piraten. Wolf geht sich erstmal töten. Mr. Diar Wolf, meine ich. Sobald sind wir auch da, ja. Interessant, dass die nicht sofort abgehauen sind. Oh, eine äußerste Tapfer der Kite. Ah ja, die guten alten Ventures. Schön an den Schlitten vorbeigeschossen. Zweifel fliegen mit einer Glatze. Und eine weitere Venture. Weil es das Tapfer stellt sie sich uns entgegen. Ist flamed out. Wir nehmen das. Noch ein paar mehr davon. Und ich habe mal Glück. Und hier ist gerade sogar eine System Bounty oder so. So. Holt euch. Holt sie euch alle. Da ist noch einer. Der Wolf. Oh, Herodary Retreat. Konzentration Recovery. Na. Na. Ja, nicht eigentlich. So. Noch ein paar Zusatz Sachen. Ah, siehste. System Bounty Received. Sehr schön. Deswegen haben wir das gemacht hier. Na. Wollt ihr auch noch? Ein Zeitvertreib. Rockenthal Convoy. Oh, da sind wir. Ah, hier ist Bizantium. Zack. Ja, wir machen mal den Spawner sogar an. Und hier runter. Babylon. Wir haben ja unsere Schiffe. Der Rade Gutz. Starship Bazaar hat nichts Individentes. Zunächst mal. So, bye. Ja. Immer noch keine Frachter. Wieder ein Tanker. Ein gebaute Tanker. Hm. Ich gebe es echt auf so langsam. Ich will einfach nur dieses riesige Containerschiff nochmal haben. Es ist definitiv im Spiel. Ich meine, wir haben es gefunden. Es ist ja, glaube ich, sogar ein Vanillerschiff. Ich will noch mal kurz an den normalen Markt holen uns hier. Ein paar Supplies ab. Ja, die Götzen Waffen natürlich mit. Ach so, Moment. Ja, ja. Das sollten wir schon noch machen. Com Directory. Keine Freelance Administrator. Parfum. Agree. Eine weitere Base, die wir kennen. Okay. Ja, jetzt fangen wir mal ganz schnell hoch nach Aru. Und dann werden wir direkt von dort aus nach Osten fliegen. Da dürften wir auch wieder... Oder dürften wir tatsächlich auch wieder den ganz... Äh, genug Punkte haben. Punkte, sage ich schon. Äh, genug Supplies auf Lager. Eigentlich müssten wir davon auch auf Dings extrem viel haben. Manufaktoria. Ich muss aber denken, wir werden jetzt gleich noch ein weiteres, äh, Capitalship mitschleppen. Äh. War ich hier ja ganz leicht completed? Ja, Tortuga wird so langsam, aber sicher. Ja, 459.000. Gut. Adjan ist gewachsen. Ah, ja, guck mal hier. Ein Realms.Odo kämpft gegen zwei unserer Detachments. Oh mein Gott. Ja. Das dachte ich mir schon. Wie ist das hier? Personal League Mercantile Convoy. Ja, zumindest können wir die Leute jetzt hier wieder ein bisschen schützen und unser eigenes System, sobald die ganzen Plenaten jetzt, äh, nach und nach erledigt werden. Okay. Repair. Comdirectory. Missionary Officer. 171.000 sei jetzt schon mal ein. Was machen wir jetzt nicht mehr? Wir werden uns nicht mit sowas aufhalten, ja? So, mal das schon ablegen. Und da wir ja jetzt eigentlich auch nicht auf eine Kolonie-Sinus-Mission gehen, können wir das sogar auch mal ablegen. So, das und das nehmen wir natürlich mit. Von der Markt. Die Soundstockball so voll auftanken, bitte. Und hier die 1.000 nehmen wir auch noch mit. 5.000 soll nicht reichen. Wir brauchen echt mehr Transporter. Na gut, wir können ja unsere Flotte jetzt noch mal ein bisschen, äh, umbauen. Können wir jetzt hier vielleicht irgendwas Tolles noch kaufen? Ja? Vielleicht. Das ist das, ich sehe, sind die hier mit Demons rausgekommen. Erstaunlich. Aber gut, Storage. Da ist die Bastion. Wupp. Ja, nehmen wir den Kolossus hier noch mit. Für mehr Storage. Wie lange haben wir denn jetzt? Ja. Erfindlich können wir die Fregatten auch teilweise einfach zurücklassen. Mal die Flourish. Ja. Jetzt haben wir 11.000. Okay, refitten wir mal in der Runde. Also bei euch passt ja eigentlich alles, ne? Das sind alles dieselben Mods, die ich hier. Ja, ja. Drive, Expanded Cargo Holes. Alles, alles das Übliche. So, was haben wir jetzt bei dir denn drauf? Du bist ja ein Breitseitenschiff, auch von links hier. Ja, ich hätte gedacht, dass du Jäger hast. Bastion Defense Drons. Du hast T-15 Reveal Drons. Das ist das der Beste. Ja gut, hier wird die Bastion schon Jäger, ja. Nur die sind, wie man vielleicht denken würde. Assault Chain Gun. Wirklich. Oh Mann. Wir können gleich mal gucken, was haben wir denn jetzt? Also wir haben die besseren Sensoren. Sensors Drift by 60 Points for Frigards des Rising Cruisers. An Operation Center, Punkte Recovery erhöht. Also nicht das Kommandoschiff, das ist das Schöne hier dran. Die Salvage Gantry. Salvaging abandoned stations to release to a constant auto search by. Genau, 40% gemeint dadurch, weil es ja ein Capital Ship ist. Das ist das Gute. Only effects recovery of common resources, ist klar. 20% noch zu post-bapt salvage. Discovery Bonus for your fleet ist 40%. And another ship of the same type could increase it to 70%. Fleet White Post Battle Salvage Bonus ist 8%. Ja, wir müssen mal gucken. Wir haben ja... Ja, wir könnten noch die Mini Salvage Rig auch noch mitnehmen. Dann lassen wir mal dich noch da. Wir lassen auch dich noch da. Und dich lassen wir auch noch da. So, dann kommst du noch mit. Und du auch noch. Was habe ich bei dir eigentlich drauf als Zusatzzeug? Weiß ich schon wieder gar nicht mehr. Und du hast auf jeden Fall noch mal mehr Cargo Space für uns. Dann hätten wir noch 3 Slots frei für Salvagen. Jetzt ziehen wir schon mal hier hoch. So. Ja, genau. So, Fleet White Post Battle Salvage Bonus ist 12%. 60% total Bonus für die ganze Flotte. Ja. Ich denke, das... Das passt jetzt so. Ja, Saber ist ja einfach nach vorne. Ist schon ganz gut. Hier... Haben wir Vulcans? Ja, wir schauen mal. Ich würde fast sagen, wir bauen nicht mal das Ganze. Das ist einfach auch rum. Die Dual Flakern nach unten. Die kann eigentlich fast bleiben. Sabers dürfen auch bleiben. Also gut. Das sind natürlich... Knallhart nur Large Ballistics. Aber nochmal nur eine Sunburst. Da kennst du nochmal zwei Faro Cannons. Wäre natürlich hier vielleicht eine Idee. Aber Gauss kennen sie mir natürlich fast lieber. Ja, also bei den Gauss bleiben wir. Wir haben die JTU mit drin. Das heißt, wir haben noch mehr Reichweite auf den Zweien hier. Das ist super. Wir müssen aber definitiv hier jetzt noch... Denke ich. Weil wir ja noch nicht fertig sind. Ballistik. Ist alles sehr ballistisch hier. So, die kleinen hier würde ich auch als... Tatsächlich... Kampfwaffen mitnehmen. Und nicht Point Defense, meine ich damit. Jetzt bräuchten wir hier irgendwas, was nicht... Oh, sowas hier zum Beispiel. Guardians, Super Royal Cannons. Ich glaube nur eine. Ja, tatsächlich. Ja, Anti-Shield. Durchschnitt irgendwas Anti-Armor-mäßiges. Nicht unbedingt ein Heavy Mordor. Naja, oder wir nehmen einfach Energy mit hier. Also irgendwas, was Energy Schaden macht. Sowas hier in der Art. War aber auch nur eine von. Blast Guns. 38, weil das zu wenig. Oh Gott. Das fängt schon wieder an, ne? Hm. Ja, wir haben fast nur Anti... Einen macht auch einfach die Heavy Mauler, ha? Den eh automatisch schießen. Ja, auch noch. So, drei Heavy Mauler, zwei Rail Guns. So, der Rest, das wird ja dann Point Defense. Naja, wobei wir könnten natürlich auch... Nein, wir brauchen keine Ray Guns da drauf. Das wird sowas schon schwer genug. Ja, die Volkid. Point Defense Area. mal hier Steinberg Cannons das ist ein Medium, das ist ein Small Slot, das passt so, auf der Seite können wir dann auch nochmal Point Defense draufpacken in irgendeiner größeren Variante ein Dual Flag Cannon und da geht uns wieder das Zeug aus, äh, die Punkte so, machen wir mal zwei, nicht mehr, es hat nicht mehr zwei normale Flag Cannons wirklich äh, hm, ähm, tja ich bin auch mal überlegen, was wir hier vorne reinpacken, weil eigentlich gegen Schillepaubmann hat eigentlich ja nichts mehr, aber äh, Flare, Burst, Launcher, Quill, Rocket, Pod ja, die Dual Advance 2 Tontop-Videos kann man da vorne reinpacken wissen wir wo sind denn die Flag Cannons, wo sind sie ja, es kann sich nur um Stunden handeln nicht die Dualen, sondern die Single Flag Cannons da ja, das müssen nämlich passen gut sind wir noch zwölf Punkte frei wird eh Flux mäßig wieder ein ziemlicher Albtraum werden hier ähm so All Types was würde denn hier noch so ein Flux Dings Booms 20 Punkte wir haben gerade zwölf übrig noch hm nope das ist äh das wird nichts Spended Magazins macht glaube ich auch wenig Sinn wenn es Detroit Gyros würde vielleicht Sinn machen sogar ah Gott das ist so, ja, die Schilder und so sind auch nicht so gerade geil was haben wir denn überhaupt wir haben ein Omni-Shield mit einer 120er Shield Arc eigentlich bräuchten wir auch Stabless Shields da fehlt auch gar nicht so viel zu dann halten die zumindest ein bisschen was aus so, was würdest du denn automatisch machen? ja, ich will die Gauss Cannons schon selber abschießen der ganze Rest kann so von alleine schießen ja, im Prinzip sind nur die Gauss Cannons problematisch deswegen schießen wir die mal Alterating ja so bitte, dass wir da noch Dissipation Rate runter gehen mussten und ich ersetze einen von euch nochmal durch Point Defense ja und wir machen hier eine Flag-Kern rein stattdessen so guck mal, da sind wir noch und machen hier noch einen rein etwas besser der 2 der 2 wo sind die Happy Mauder? Hall & Mauder sind auf der 3 äh, nee was ist die da für eine komische Aufteilung hier schießt die auf jeden Fall linkt ab ja, Run Simulation wir können ja mal wir können uns das ja mal reinziehen ähm ja, gegen was ja lassen wir uns einfach kurz zusammenschießen zusammenschießen so ich habe mich jetzt gedreht, ja so ja 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 man merkt vielleicht, dass es uns jetzt es ist nicht das krasseste damage schiff aber gut dafür ist es ja auch gar nicht gedacht ja jetzt lassen wir es einfach das ist wieder dieses dieses die mich ja oh ja das ist ja sehr realistisch ja was habt ihr eigentlich ganz gut hier mit den zwei auf alterating ja ich meine jetzt was ist die alternative kann sein schlechter wenn man ehrlich ist ja hier haben wir im prinzip das etwa bei sechs mal sind 600 also ein bisschen mehr schaden bleiben bei den grauskanonen okay jetzt haben wir hier wieder wenn wir die folge machen dann nicht so viel weiter mit der tatsächlichen expedition bis dann macht's gut